Der Fügetechnische Verband DVS lädt mit dem DVS-Kongress zu seinem bedeutendsten jährlichen Schweißtechnischen Kongress ein, bestehend aus der großen Schweißtechnischen Tagung und dem DVS-Studentenkongress. Dort kommt der Nachwuchs zu Wort. Hier berichten angehende Ingenieure über aktuelle Arbeitsinhalte. Gleichzeitig erhalten sie so die Gelegenheit, sich einem internationalen Fachpublikum zu empfehlen. Ein wichtiges Thema der jährlich stattfindenden Veranstaltung sind in diesem Jahr die Entwicklungen im Bereich der additiven Fertigung. Hier gewinnt neben den bereits etablierten Verfahren des selektiven Laserstrahlschmelzens auch die additive Fertigung mit Lichtbogen an Bedeutung. Neben Prozessentwicklungen stehen auf der Veranstaltung verstärkt die Anwendungen im Fokus. Außerdem widmet sich der DVS-Kongress der Frage, welche neuen Anforderungen sich für den Anwender im Bereich Stahlbau ergeben. Darüber hinaus sind Konzepte und Umsetzungen rund um den modernen Arbeitsschutz und der Bereich Industrie 4.0 ein Thema. Im Zuge dessen informiert die Veranstaltung auch über die Anwendung und Umsetzung neuer Normen. Im Zuge dessen informiert die Veranstaltung auch über die Anwendung und Umsetzung. Im Zuge dessen informiert die Veranstaltung auch über die Anwendung und Umsetzung.